was hast du denn gemacht was ist los wir sind bei jeder gruppe so ich war noch schnell eine durchziehen ist ja doch der ist ein bisschen langsamer nicht spät ist jetzt hier Ich muss dich aber nicht hier hinsetzen. Ja? In meinem Büro. Ich hab für... ...morgen noch jemanden eingeladen, ja. Okay. Dann müssen wir hier aber erst... Was? Man würde erst sagen, alles Gute zum Geburtstag, sonst geht Jule nicht raus. So, danke. Okay, vielen Dank. Ja, aber bekommst du den morgen, oder? Natürlich. Ja. Kann sein, dass du jetzt hier Todi-Sachen hast heute und sagst morgen auch nicht. Äh, nein. Dicke, fette Party. Was hast du jetzt bekommen? Wieder was für 1000 Euro? Nein. Ich hab nur so eine Pfeife gekriegt. Deine teure Schiene-Maincone. Oh. Nein, Bosch-Bit-Koffer- und Bohrer-Satz. Weil mein Alter irgendwie... ...muss der mit Wandbohrern in Holz bohren. Und das stinkt irgendwie nach ner Weile. Etwas, ja. Von meinem Schwager hab ich auch noch ne Playstation-Karte gekriegt. Na, ist gleich eingelöst. Öh. Öh. Nicht kalt. Ja. Ja. Aber nicht jetzt. Ja. Aber nicht jetzt. Schurek ist 40. Älter als Jule auf jeden Fall. Gar nicht. Schurek ist 52 geworden. Was? Jule ist 52 geworden? Oh-hoono. Penis. Ich hab mir jetzt vorher noch... ich hab es schon jetzt eigentlich bei meinem Ausfuß. Was? Weil die Betäubung ausgenommen... Ich hab mir jetzt vorhin noch immer, wenn mich einer kippt, dann würde ich jetzt immer sagen, deine Mutter kann nicht kochen, Alter. Ich würde sagen, Alter, deine Mutter trifft beim Dart noch nicht vor die Scheibe. Hey, Bölkser, wir wurden vom Hacker weggemacht heute. Das erste Mal, dass ich einen Hacker erlebt habe, wenn ich kattiere. Ja? Aber so richtig, oder? Nee, er hat einfach keinen Damage kassiert. Also, ich hab zwei ganze Magazine auf ihn gejagt und Dude auch. Und er stand einfach und hat es über sich ergehen lassen. Dann hat er alle vier letzten und dann haben ihn bestimmt 20 Leute danach belöffelt. Ja, er hat einfach keinen Damage gekriegt. Aber er hat euch weggeholt, das aber. Easy oder? Ja, ja, na klar. Ja. Er hat den irgendwann geschnallt, von wo wir schießen auf ihn. Und dann hat er danach noch gesagt, er ist einfach besser. Ja. Und dann meinte ich auf feinstem Englisch, deine Mutter zieht auf ESPN-Tratoren. Ja. Ja, das stimmt. Your mother calls tracks, hast du gesagt. Ja, ich wollte Pult auf Kreuz. Ja. Du ein Asi-Dinglisch. Ja, Mann. Ja. Aber er ist schon super stark. Ja, war gut. Safe. Und du brauchst nicht mehr schräg fliegen, ja? Ja, du brauchst nicht mehr schräg fliegen, schräg fliegen und gerade fliegen ist dieselbe Geschwindigkeit. Ja. Das ging ja nur wegen weiter. Nein, auch nicht. Nicht wegen schneller, aber weiter. Nein. Nee, ist egal. Okay. Du kommst jetzt genauso weit und genauso schnell das Spiel. Das ist alles scheiße Jahr jetzt. Okay. Okay. Aber ich guck mich kurz im Augen an. Ja, das war mega ehrlich. Das wär schlecht der Win gewesen, die Runde. Ja, ich hab meine Zehnerbombe gedroppt, Alter. Ja. Ja. Auf allem, wie ich vorher noch anfange rumzumeckern mit meinen zwei Kills im Haus und auf einmal zwei Teams glatt mache. Ja. Das war richtig geil, Alter. Ja, der eine war ja so komisch da, den hast du ja so komisch gelockt denn hinter den Heizungsrohren, Alter. Ich hab den Herrn jetzt offen erst. Ja, der mich mit dem Feuermesser dann mit den Rest gegeben hat. Und das war doch hier Gregor Goke, der dann gesagt hat, wo du ihn das zweite Mal geholt hast, 2-0. Ja. Ich hol Lupe. Ich hab mobile Deckung, Jungs. Wir haben gewonnen. Ja, Gregor Goke. Ich hab zu du die gesagt, 2-0. 20-80. Na, und hat gedacht, aber das war der Kug war wenigstens cool, Alter. Was machst du denn jetzt hier? Die Gummibärchen trauen. Axel, weg, du wirst unkonzentriert. Ey, die Sofa, um deine Gummibärchen zu trauen. Ey, die Sofa, um deine Gummibärchen zu trauen. Ey, die ist extra in das Zimmer gegangen, damit ich bin ja auch so komisch gelockt. Ja, der kann ja trotzdem, der kann ja morgen machen oder nachher, wenn wir schlafen gehen. Sag jetzt Finger weg von deinem Gummibärchen da unten. Ne, die liegen hier auf dem Tisch hier die Gummibärchen. Gummibärchen! Ich meine doch die anderen Gummibärchen. Und hier, das ist schon Spinnnetz da, ne? Bravestar ist auch noch ganz unschuldig, Alter. An mein Gummibärchen. An mein Gummibärchen. Oder ist hier ein Problem, er ist es nur zur Fortpflanzung. Mein Fummi... Kannst du sagen, ich find hier keine Kiste, oder was? Die mobile Deckung ist da. Da sind ja schon zwei. Und du denk dran, wenn wir irgendwas lustiges machen, jetzt drei Jahre. Ja, stimmt. Das wird es. Stimmt, da war ja was. Ich kenn das doch, du sagst dann wieder feucht-fröhlich, da irgendwo reinhüpfe, Alter. Und da steht noch jeder. Deshalb hab ich ja gesagt, wir haben das nicht passiert hier. Oh, nice. Das Missionsziel lautet, das Kopfgeldziel aufzuschauen. Oh, Schockmeißer. Oh, Nebel, Nebel. Ne, ist guter, bei Drohnen, Digga. Du verlierst an Boden! Bewegung! Die werd ich doch mal gleich in meine Roboter laufen. Ne, 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 warte, warte, den Loader kommt doch weg. Was ist da los, dann? Der Kenner bin dann weg. Hab doch nicht mehr durchgespielt. Danklich. Ja, so wie Ellie Bait hat sie auch das Spiel durchgespielt. Oh, ey. Ich hab ne mobile Deckung, Jungs. Nice. Haben wir schon zwei. Dicker, die Velbe. Kann man die längst du? Ey, du hörst nicht zu. Welch hat auch gesagt, der deiner. Ach so. Wir müssen die alle nebeneinander packen. Und loadout, loadout, loadout. Ja, lass mich noch schnell die zwei letzten Häusle hier machen. Ein feindliches Team ist ja auf der Spur. Seid ruhig. Ihr Trupp wird gejagt. Geh da rüber. Der Trupp ist da. Schnappt euch den Bruder. Wetzte. Danke. Wetzte. Du, die ist noch am Suna der Welt. Sehr gut. Och, Menno. Oh, gg. Stg. 98 ist da. Stg macht Chaluritis. Stg macht Chaluritis und K98 macht Knockeritis. Ja. Also Braves, ich spiel jetzt mit der Vanguard K98, ja. Uh, die ist aber nice hier mit vierfach, achtfach Visier. I like it. Die Snipe meinst du? Ja. 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 Ich weiß nicht, ich hab gar nichts hier. Ich spiel immer noch und drehen Jungs. Ja, drehen sich ja. Ganz so geil. Nee. Du musst Stg. Du musst auf Stg zurück. Ja. Schüsse auf deine Pauppöchen oder? Ja. Mir kam gerade Querschläger des Todes irgendwie. Ja. Ja. Gerade keine. Schuhe, ich hol mal eine Drohne. Ach schlecht. Hinten her. Du, ich hol mal eine Drohne. Du, ich hol mal eine Drohne. Ja, ich hol eine Drohne. Ich hol eine. Ach ja, stimmt. Drohnen gibt es ja nicht mehr. Kann gerade nicht. Kannst du nur noch finden. Nee, gibt es nicht mehr. Kannst du nur noch über Aufträge finden. Oder in den Bunker. Nee. Nee. Ja, der macht sie kaputt. Auto, rechts von uns. Da, die Höhe. Ich bin gerade da gefahren. Ja, ich sehe nichts von dem Punkt hier. Da. Ich muss mal kurz nebenhin, da ist ne Spinne. Scheiße, ich krieg keinen. Wo denn? Hä? Wo denn? Meine beiden Muschis. Ich glaub jetzt sind beiden Waffen diese Nebula. Scheiße. Oh, das ist nett. Äh, Brescher. Ja. Wir ziehen hier wieder nach dem Slavecamp. Ja. Ich hab ja keine Kohle. Aber wir, Leute. Ich kann mich erinnern hier. Warte mal, was ist das da? Was ist das blaue? Eine Fahne. Hm, okay. Wo ist diese Cache? Oh. Ich sehe nicht diese Cache. Cache. Dann würde ich sie angeziehen. Cache. Zur, zur Resor. Cache. Cache. Ludi. Cache. Oder Ludi hat sie eingesammelt. Der Kopf. Du hast die feindlichen Verfolger abgehängt. Ich wurde mich grad so, ich seh hier keinen Cache. Da kommt... Ja, mach mal den und dann hier rüber. Aufklärungsauftrag da drüben. Hier, Brayster. Warte mal. Hier. Ja, wir können auch... Da ich den machen. Ich fäng. Der würde mir fast besser gefallen, weil der... Next Zone schon mal... Was ist das? SDG? K. A. K. K. Hi. Sniper, seid ihr das ja? Ja. Ja, ja. Du, die seine Waffe hier an. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Oh, 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 oh. Zum nächsten Gebiet und Umgebung sicher. Wann wird das? Sag mal. Oh, die würde ich holen. Ich hab's noch keins. Ich hab's noch keins. Ein Mikrofon. Nee, ich von mir. Nein, nicht von mir. Mitch. Das ist von den anderen. Schweres Panzer, was wir da... Ja, geil, wirklich. Fliegerping, er pinkelt Auto. Ich verges das. Was ist das? Hau sie schon wieder? Nein, wegger. Hau sie schon wieder? Nein, wegger. Wann ist das? Wann ist das? Was ist denn da? Was meint ihr mit der Sicherung? Mal probieren, oder? Ja, los, let's go. Ich höre hier eine Kiste und... Ach, hier ist ein Bunker, Dicker. Hier ist der Eingang. Hab uns einen Platz gesucht. Let's go, rein da. Wo hast du die Dinge? Nee, ich hab ne Kiste gehört. Hier ist noch ein Cluster. Na, ich auch. Oh, manche Kisten sind noch mal verpackt. Ja, toll, wo ist der Eingang? Wie seht ihr jetzt weg? Nee, auf meinem Ping. Orangener Ping. Orangener Ping. Ja. Keine Angst, das ist so... So ne normalen Gegner, ja? Machen nichts. Ah, hier ist noch mal Nebula? Ich gehe, ich nehme das zurück. Äh... Du verlierst an Boden. Bewegung! Dafür gibt's ne Gasmaske oder irgendwas, hier ist ja gar nichts. Doch. Nebula ist hier. Ein Cluster und diese Nebula-Dinger gab's. Okay. Das war's. Nice. Ja. Ja, und ein paar Onis. Der hat recht ja nicht mal ne Maske für mich. Ja, kommt. Das ist ja wohl ein Witz. Kommt. Äh, Schüsse? Was war das? Ja, sie geben sich irgendwo da. Die Richtung. Ja, kommt. Wir machen Sicherung. Wir haben ja hier noch einen Highpoint. Genau. Außer irgendwo muss ich die Snipes noch ein bisschen leveln. Ja, da sind sie. Link. Da war einer gerade. Ne, halt. Da. Da laufen sie. Mann. Dann. Einer noch da? Ja. 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 Dann beide nach links rüber. Luftschlag. Mal schon, was du anrufen kannst. Im ersten hab ich schon verpasst. Jetzt. Einer ist im Haus. Als ob einer Snap hat. Im Haus ist raus hinten. Da, in dem Haus ist er jetzt. Infanterie-Ziel entdeckt. Na ja, kommt. Die snacken wir ab, Alter. Du weißt aber nicht, wo der andere ist. 202 Minimum. Beständig. Oh nein. Okay, ich weiß wo der andere ist. Oh, Cluster kommt. Ich komm hoch zu dir. Ja, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Komm doch. Ich komm doch. Ne, du bist doch blöd. Ich hätte dich doch geschnuffelt. Hast du gesehen, von wo du eine Ewigse kriegst? Was ist das? Na ja, irgendwo, irgendwo vorne bei Ressort. Ich zieh mal da vorne rum. Guckt immer da rüber. Ich seh leider auch gar keinen mehr. Nehmen wir mal an, die sind weiter nach links gemovt. Ach, schade. Markiere den Zielpunkt. Da ist gerade einer gerannt. Die haben sich hoch, die sind gesprungen mit dem Ballon. Infanterie-Ziel entdeckt. Deswegen sind wir nicht so weit vorne. Na, hier ist doch irgendwo, und hier kannst du doch glaube ich auch irgendwo hochziehen, oder? Okay. Ich zieh nicht, irgendwo. Irgendwo war hier doch so ein blöder Ballon. Ja, genau, hier irgendwo vor uns. Schau gut. Na, eigentlich ist es ja hier vorne, der blöde Ballon. Na, hier ist er doch. Hier. Na gut, die werden ja jetzt wohl nicht zurückhüpfen hier. Naja, vor allem, sie sind relativ weit nach links. Ich komme nicht hoch, Dicker. Ich dachte, sie haben es gefixt, dass man hier besser hochklettern kann. Ich gehe hoch auf Sub-Fan. Markiere den Zielpunkt. Wenn ich zum Ballon komme, werde ich das auch tun. Ich werde sie mir gar nicht holen. Okay. Wow. Er hat mich erstmal in eine ganz andere Richtung geschickt. Na ja, du musst erstmal rechts rüber ziehen. Da oben sitzen sie. Feindliche Drohne ist aktiv. Feindliche Drohne ist aktiv. Warte, die fliehen hier gerade überall oben rüber. Aufs. Danke. Er ist direkt über dir. Hast sie ihn? Ja. Oh, die Gaspatronen machen mir selber auch Schaden, Dicker. Ja. Ich wusste, du würdest mir helfen. Das Gas weitert sich aus. Sicherheitszone verlegt. Steffs? Ich bin hier unten oder? Irgendwie bei mir. Ich sehe keinen. Ich gehe hier von oben rein. Ich gehe von oben rein. Also, ich bin ganz unten. Hier sitzen sie. Sie warten schon auf uns. Okay. Warte, dann gehe ich hoch. Ich gehe sie belöffelt. Ich habe, äh, ich habe Dings, äh, grüne Gasmaske. Ja. Hier hinten noch einer. Ja, Orange hat richtig Auge gemacht. Den nicht. Er ist ja schon wieder hier. Oh nein. Jungs. Ach, fickt euch du Hohensohn. Scheiße. Er ist schon wieder gekommen, Alter. Warum habe ich ihn denn nicht gehört, oder? Dein Teammitglied hat den guten Tag. Also, pass auf. Gerade zu, in dem rechten sitzt einer drin, da wo ich gedingt habe. Einer habe ich genockt im Gas. Dein Teammitglied wird wieder eingesetzt. Bereithalten. Ops. Wir würden dann jemanden machen. Hey, Digga, wo schmeißt der mich denn raus? Würdest du mich verarschen? Graves, da vor dir läuft einer? Ja, ja, ja. Ich habe ihn angerichtet. Ich komme. Aber ich brauche noch ein paar Meter. Nee, er ist da vorne. Wow. Zwei. Nehmen wir noch einen? Ja. Digga, er... Ich bin tot im Gas. Er hat mich unter dem Auto gekriegt. Digga, die Zone sind mega schnell, oder? Ja, aber die gehen auch drauf jetzt. Wenn du verlierst, bist du erledigt. Ich snack sie noch ab. Wo sind sie, Ping sie? Ich sehe sie nicht. Ich sterbe mit dem Gas. Er kommt schon. Oh Gott. Oh Gott. Ich werde mir noch eine Gasmaske holen, aber... Ach, scheiße. Ich sterbe jetzt. Also zweimal drin reicht nicht. Bis zum Stopp. Schade. Alter, wo hat er mich noch rausgeschmissen? Ich hätte mir gedacht, dass die Zone so hart gepusht. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Begele Oス kommjag Zeit. Ausrüstungslieferung ist unterwegs. Uiiinix! Unterwegs der wir mit Gulag? Warum musst du da? inhale Versorgungsstation. Was? Du hast noch Gulag, ja? Ja, ich habe eben Gulag den, weil Berater erhattet sie vor uns, Ihr Rudi. Ja W coarse. Dann Jetzt fertig. Das Gas nähert sich Dir. Oh Gott, noch 25 übrig. ich immer weiter so als du die guter dann auf richtung laut ich weiß sie noch mal eine lupe an vielleicht haben wir glück und die kommt irgendwo am loadout das wäre natürlich etwas weiß ja ich weiß aber schüsse kann gar nichts aber sie müssen wenn man jetzt abspringen jungs ja sie müssen jetzt weg zu holen was auch nicht dass hier kurz gesprungen sind wo wir einmal platten wollen wir noch einen zweiten loadout oder soll ich lieber eine moon box oder irgendwas holen weil ich habe auch keine moon ich bin voll geladen wo ist denn der scheiß shop ich mache mir ein bisschen sorgen wo die jetzt gerade sind ich gucke ich gucke ich gucke ich gucke ich brauche keine lass mal hier auf grün ankommen da haben wir relativ high point ich brauche keine moon box da schießt jemand auf dich da schießt noch ein loadout lass langsam ziehen nicht dass sie uns hinter uns rein laufen möchte ich weiß nicht wo sie sind ich sehe sie auch 0 ah da sehe ich welche da ist fullteam ja pass auf hier rechts von uns kommt auch einer einer noch einer shipwreck einen hab ich hab ihn sich dann mal krank mal eine weg noch einer auch wo 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 ich hab von oben gekriegt ja auch vor mir ist schon blau aber ganz offen die kannte die nächste kannte ist gut hat einer noch ein kleid für mich ja nein nicht drücken ok wegen dem viertel plate drücke ich jetzt nicht am zelt sind wir da ja habe ich auch schon gesehen wo am zelt der dreck nehmen und nehmen und da auch noch irgendwo hinter brechster da sind sie aber das ist damit die pinks los warum bin ich denn so beschissen da hinten laufen sie mann alter also sie sitzen das hier am zelt da sind die zwei teams der andere muss irgendwo hier sein er ist direkt hinterm zeit pushen pushen ich drücke mich selber durch jetzt nur kurz tippen einer waren scheiße war nur ein weiter sie hat sich noch verfehlt nur noch fünf übrig ja sie sind genau vor uns kein mark lassen sich überlaufen ja er geht erstmal nach ja hab ihn sauber das willst du tippen einer noch Nice Jungs, nice. Ich hab zwar nicht viel dazu beigetragen, aber... Sehr gut. Oh, das hat richtig... Alter, mit der Sniper macht richtig Bock, Alter. Na gut, ich bin froh, ich hab wenigstens mehr Schaden als Sudi. Ach komm, wir haben noch alle den Süd abrasierter, Alter. Nö, ich hab die mal noch alle... Die sind auf dem letzten Meter alle mal weggekommen. Easy. Easy. Vor allem wollte der letzte uns jetzt hier alle drei holen müssen. Na klar. Easy. Easy. Easy, Alter. Ganz easy. Welcher Win war denn das jetzt, Braz? War das schon 114? Nee. Nein. Nein, nein. 138? Ich glaube, die haben mich zurückgesetzt. Weil du cheatest. Ich cheate ja auch nicht, Alter. Hey, geh mal raus, der Ente kommt. Ja, man muss hier meine Aussagen bearbeiten. Kann ich wenigstens mal gucken, der wievielte Win macht? 138. 138. ные Kurzer Sieg. 108. I-9 158. R maximum 8. Vielen Dank.